hallo an alle an youtube sorry dass ich außer atem bin ich musste meinen kindern gerade hinterher rennen die waren kurzfristig bei mir weil ja die moderne einkau war von denen und dann musste ich dem noch mal hinterher rennen weil mein großer die buschkarte vergessen hat deswegen bin ich gerade ein bisschen außer atem aber nichtsdestotrotz wir machen weiter ich habe auch offscreen war ich die ganze zeit im nether unterwegs ich habe noch mal nach solchen fischern gesucht ja gut aber bevor wir irgendwas machen tun lassen das war sehr schnell abgebaut bauen wir uns erst mal ein auto das muss jetzt sein 36 eisen und irgendwelche paneele die hammer noch eisen haben wir hier hinten drin in den kisten das tut mir wirklich dass ich außer atem bin aber ich wollte jetzt auch nicht auf den stream verzichten ja mein kreislauf hat natürlich auch ein bisschen drunter gelitten wie ich es gerade selber mitbekommen nicht gut nicht gut nicht gut mir wird auch gerade ein bisschen schwarz verogen genau so da haben wir das gokart den hätte ich gerne noch gott tut mir leid wenn ich mich seltsam anhöre schwarze wolle ich freue dass es dann später nach der pause aufgehört hat sonst muss ich gleich ganz kurz kreischen machen gott glas paneele redstone und 24 davon ok kreislauf hat gerade ein bisschen beruhigt das ist schön so wie mache ich noch mal die hier blöcke stanzen und das muss heiß sein habe ich noch lava ja habe ich sehr schön 8 16 24 da war die stanze ne scheiße komm mal her du kommst auch zu mir bevor das hier ausgeht bevor das hier ausgeht nein warte mal scheiße die waren in ja gut nochmal weg mit ihr wieder dahin dahin so doch mikros an ich dachte schon ich hätte es vergessen anzuschalten holy shit so hä nur 12 ich krieg doch 8 da raus wow nein nein so klack jetzt haben wir noch das teil äh was machen wir noch elektrik engine aber natürlich nicht äh ganz ehrlich der muss sein der muss einfach sein der muss einfach sein oh fuck oh oh mutfuck ach ne ach man eigentlich muss der sein äh wie viel 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 da 5 5 5 Das wollte ich eigentlich für was anderes aufheben. Naja, was muss das? Moin moin, excuse mo. Was hat denn jetzt hier draußen gefressen? Hä? Der Bär, der frisst meinen Honig! So ein Arschloch. Egal. Äh, Stickerinos. Ich glaube, ihn gezappig draußen. Ja, gut. Äh, Go-Kart, Off-Roader, Hammer. Hm, erstmal nochmal vier schwarze Wolle. Hammer. Nochmal 16 Paneele. Ähm, ja. Da sind grad ernsthaft... Alter, wie viel Eisen ist denn grad flöten gegangen? Ich hab doch nur drei Blöcke hergestellt. Ey, wie ist das Mobbing? Äh... So, ich brauch jetzt, äh... Fürs Crafting Rezept ist da... Die waren umsonst. Ich hab hier genug. So, äh... So, äh... Drei mal fünf war das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, Drei, ich hab euch eins zu weit nach hinten gebaut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das waren die falschen. Und ich brauch noch ein Zahnrad. Und ich brauch noch ein Zahnrad. Äh... Haben wir hier. So, dann... Machen wir erst mal das hier. Zwei, drei, vier, fünf. Äh... Hab ich das? Ich hab das nicht mehr. Wow! So, ihr dreht euch. Ihr dreht euch wunderbar. Äh... Ich brauche... Rosenquarz. Krieg mal hin. Das sollte nicht so schwer sein. Ja, das ist eine Menge. Äh... Schleifpapier mache ich nochmal wie? Papier und Sand. Ich glaube nämlich, ich hab nichts mehr davon. Papier. Sand. Ey. Äh, ha, 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 ha. Das ist ein... Hier hab ich noch einen Rosenquarz. So, ähm, Offhand. Dahin. Düt, 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 düt. Da haben wir vierer. Da haben wir fünfe. Äh, das, das... Da haben wir die fünfe. So, ähm... Das erste Mal hier rein. Äh, die haben wir. Ja, ich brauche nochmal einen Stein, den hab ich hinten in den Kisten irgendwo. Ich brauche nochmal... Sechs Stück davon. Ja, eins hab ich ja hier noch, also fünfe nochmal. Da war das Schleifpapier kaputt. Und... Wo hab ich das jetzt hier gemacht? Da. Äh, da, 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 da... Ich stecke da einfach mehr her. Die werden wir bestimmt nochmal brauchen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Das... Das... Stopp mal. So war das. So. 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 So doof. Äh, die Dinger werden auch da drinnen gemacht. Tatsächlich. Wow. Die Dinger nicht. Ich brauche davon... Eins, zwei, drei, plus zwei. Ne, hä? Was habe ich mir für ein Rezept angeguckt? Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben Stück davon. Das, das, das. So. Sieben Stück, Hammer. Und dann nochmal da hoch. Äh, wie war das jetzt? Das, das, Holzstück und ich brauche noch das da. Okay. Das macht man auch da drin. Okay, ich brauche zwei Pistons. Ich brauche noch Clemstone. Das und das. Äh, ich möchte gerne normale Pistons. Eisen. Wartet mal. Autos da hin. Einmal ist leer, kann da hin. Das kommt erst einmal hier rein. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Und das Büchlein, der Tierchen kann auch da hin. Geht mein Eisen wieder flöten. Und das ist eine. Holy shit. Eins, zwei. Äh, Brasssheets. Ich muss Brass her. Och, komm. Das ist doch gerade voll die Verarsche hier. Das ist doch voll die Verarsche gerade bei mir hier. Da brauche ich auch Brass. Wie macht man das schon wieder? Zink und Kupfer. Ja. Zink und Kupfer. Zink und Kupfer. Äh, war das ein Titze drunter? Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Mit Hitze. Okay. Äh, so. Wow. Ist auch zu voll. Äh, 16. Jetzt. Mixi, mixi, mix, mix, mix. Ja. Ja. Okay. Ah, wird doch mal Zeit. 16 und 16. Ihr werdet erstmal gestanzt. Klatsch. So. Ihr mixt noch, aber ich brauche trotzdem noch die Ingez. Ohne die geht gar nix. In der Zwischenzeit kann ich auch mal ganz kurz. Genau. Das, das. Das. Und die Nächsten. Ich will unbedingt den Offroader haben. Äh, es wird schon wieder das hier. Das. 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 So, jetzt kann man die zwei Teile machen. Die werden auch da drinne gemacht. Okay. Ist ja nicht so, als hätte ich es und die Zeit und so. Oh, ich muss das ja jetzt spiegelverkehrt denken. Äh, Pisten. Eins davon. Brass und Sheets. Brass. Sheets. Du, 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 du. Ja, ja. Schön. Fertig. Spuck aus, das Teil. So. 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 Und so. Was wollte ich jetzt für ein Auto bauen? War das der Offroader? Ich glaube. War das der Offroader? Willen wir gleich sehen. Äh, padabababab. Ich muss nur gucken, wie ich die Autos aus den, äh, Crates bekomme. Komm, Spuck aus. So. Dann. Die Teile. Dat in die Mitte. Holzlockes unten rein. Dat in die Mitte. Die oben. Und was war jetzt an der Seite? Ah, so eine Dinger. Okay. Das da. Das, 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 das. Wo ist der eine Tube? Hab ich den in der Kiste gelassen? Hä? Ich hatte doch passend hergestellt. Na, dann nicht. Ja, schwirr mal. So, und dann geht's jetzt da lang. Ist da was? Wir machen das mal ganz anders. Damit ich die immer falsch denken muss. So. 2, 3, 4, 5. Äh, die waren da. Die waren tatsächlich da. Und unten waren Holzloks. Moin Moin Nitro Pro. Oh, ich crafte eine Engine für ein Auto. Ich weiß noch nicht mehr, welches Auto das war. Aber das werden wir gleich sehen. Hä? Was war denn? Nee, das ist alles richtig angeordnet. Dann machen wir's halt ganz anders. Nochmal alles weg. Okay. Ei, 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 ei. Äh. Machen wir das halt so. Machen wir das halt so. Das. 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 Und das. was mache ich denn jetzt so falsch hat keiner gesehen ja wenn du wüsstest was ich für ein stress hatte bevor ich angefangen habe zu streamen das ist nicht mehr normal da darf ich ein bisschen verwirrt sein im kopf da jetzt das spuck aus ich wollte den traktor bauen ja 8 redstone 1 20 20 v6 motor ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht aus ich besitze nicht mein auto und mein eisen geht flöten schön kraft traktor habe ich jetzt auch go kart offroader traktor was baue ich denn jetzt noch für eins ich würde gerne noch ein moped haben das hier graue wolle also ein reifen habe ich noch eine small engine kriege ich auch noch auf die reihe so und so graue wolle wollte sie haben und da muss ich noch benzin herstellen okay ich brauche rohne hammer so 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 das kann wieder weg das kann wieder weg genau papier kann wieder weg ähm alles andere beides ich mache warte mal grau der wollte light grey haben oder ne grau oh zum Glück ähm so small engine ach nee schon wieder so ein ding so piste hammer das ding müssen wir auch noch haben jo äh drei davon und holzloks haben wir tatsächlich alles das hat hammer tatsächlich alles außer die holzloks ich glaube die muss ich neu holen ach nö reicht noch äh scheiße ich habe das rezept schon wieder vergessen yo ach ne das waren erst mal die hier 1 2 3 4 da muss ich noch ein paar herstellen so 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 äh so ich habe wieder falsch gedacht scheiße ich glaube ich hätte das spiegelverkehrt machen müssen aber ich hoffe das geht trotzdem so boah ich hoffe das geht trotzdem es geht wunderbar ok äh das dahin die dahin unten waren die holzloks und an der seite waren diese komischen dinger wofür ich die zahnräder brauche die ich im momentan habe 1 2 genau so 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 ich will kurz mit mir die kindern gucken hier na komm what's up okay goldkinder sind gut angekommen so small engine haben wir auch craften so das raus das raus das raus das raus das raus das holz nicht gun power auch nicht äh das da rein 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 So, jetzt muss man Fuel herstellen und das war ja auch ein bissel kompliziert. Das da hin, das da hin, die da hin, das da hin, das da, Farbe da und Glas da. Wie hieß denn das, nein, hier, Fuel aus Endercep und Blaze Juice und Klo-Stein, Endercep sind Enderperlen, denke ich mal, Enderperlen und Wasser, genau, das ist Blaze, ein Klo-Stein, okay, Enderperlen und Blaze, Enderperlen, Blaze, so, Redstone, Gunpowder und Dingsbumsgedöns, genau, so, stop, kann ich das so machen, haben wir insgesamt 10 Stück, passt, Klostein brauche ich noch, ähm, bada bap, 2, 4, 6, 8, 10, das, 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 Wasser brauche ich, und das kommt alles in den Mixer rein, äh. Ich glaube, ich brauche mir Eimer. 1, 2, 3, 6, 9. Da fehlt ein Eimer bei mir. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nö, nö, nö. So, jetzt haben wir genug. So. Kann ich hier nicht gleich ein paar mehr reinmachen? Ne, anscheinend nicht. Ich brauche sowieso noch mehr Wasser. So, genau. Nein. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Scheiße, jetzt habe ich das vorher eingesaut Ist mir aber gerade egal Warum geht das? Oh Mann, warum musste ich auch die Taste drücken? Das ist doch gerade dämlich gelaufen Ich hätte das eigentlich Screenshotten sollen So, der letzte Bucket davon Naja, aber trotzdem immer ein 8 Eimer Dann war Das hier Eimer und Blaze Powder Brauche ich nur 8 Eimer Muss das eigentlich eine Hitze drunter haben? Nein Ja Oh, da möchten wir uns ranhalten Da möchten wir uns doch ranhalten Drei Stück haben wir schon Serbina Weihnachtsbäckerei hier So Das haben wir jetzt alles Das kommt jetzt auch wieder alles in den Mixer Die ersten zwei Fuel Buckets 2 für 6 2 für 6 Genau Moment Ganz kurz ein bisschen Ordnung in mein System hier drin bringen Genau Ja Passt alles Und dann muss ich mal gucken Wie wir den Spaß in die Autos kriegen Ich brauche noch mehr Ich brauche noch mehr Klosteine Irgendwo habe ich auch eine Zapfsäule gehabt Ich glaube ich brauche einen Tank, eine Pumpe und die Zapfsäule Äh Stopp Wild Mining Hier Wir müssen jetzt drei theoretisch genug haben Rein theoretisch Rein rechnerisch Auch Dahin Ditteron Da Rezeptfilter Alles klar Warum brauche ich da noch Rezeptfilter Hä Oh Gott Ich muss die Lava hier erstmal rauspumpen Das sehe ich ja jetzt Äh Dazu brauche ich das hier Eier, Zucker und das Zeug Gut, das kriege ich hin Das müsste ich hier doch haben Jo Zucker war nicht hier Nee Zucker war drüben Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche tatsächlich Wie viel da noch drinnen ist 1, 1, 1 Hä Komm mal auf So Dann Lass mal rauskommen Okay, es müssten noch Tatsächlich zwei werden Nur eins noch Wenn mich nicht alles täuscht Äh Hä Hab ich die Flüssigkeit nicht reingemacht? Ach Ach, da ist keine Lava mehr drin Ah, okay Müssen wir gleich mal Lava holen So Äh Das da rein Das kommt alles erstmal da rein Ich brauche tatsächlich Lava Ich mag es kaum glauben Stimmt, die anderen Eimer hab ich da oben alle Nein, das war falsch Die anderen Eimer hab ich da oben alle mit Fuel full Schon wieder Ey Mein Kopf heute Ganz ehrlich So, hier ist die Zapfsäule Ist das eigentlich eine große oder eine kleine? Eine kleine Ich hätte gerne große Ich hätte gerne große Ich hab alles verstanden Na das ist ja einfach Das ist ja einfach so Ähm Ähm 11 Wird das voller? Das wird voller Cool Ja, die nächste Folge verschiebt sich um drei Tage 100% 100% Ich wollte mir eigentlich die große machen Äh, Go-Kart Traktor Dirtbike Offroader Wo mach ich denn das jetzt Ähm Äh Äh Okay Welche Mod ist das? Ich glaube Mr. Dingsbums Ja Wie lasse ich das Boot jetzt frei? Äh, das Auto? Äh, wie hat Taco das gemacht? Äh, wie hat der das gemacht? Das ist ja jetzt mal voll creepy Äh, hat der hier irgendein Geheimnis? Oh Hä Hä Wie Das hat noch irgendwas mit dem Jack zu tun Hundertprozentig Ach, Mann Stopp mal Schlüssel Ich musste auch noch einen Schlüssel craften Wo ist denn der? Wo ist mein Schlüssel hin? Ich musste keinen Schlüssel craften Okay Graues Concrete Na dann Light Grey Concrete Äh Und hier brauche ich halt das genauso Gut Noch dreimal weiß Ab Dreimal weiß So Wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser Das nicht So Haben wir genug davon Und Eisen Haben wir hier auch noch genug Der war doch richtig der Schlüssel Oder? Nein Nein Das ist Kyan Was? Terracotta Ey Eik No Wenn dein Kopf nie angewachsen wäre Das war doch Grau war doch so Ja Und da ich tatsächlich Plus vier Stück brauche Der Rest Da rein So Hä? Ich verstehe das nicht Wie kriegt man die Autos raus? Hm Muss ich auf Darko warten Jetzt ernsthaft Oder Ich Ich mache sowieso Kleinbäuser Da kann ich ihn Anschreiben Und fragen Na das ist ja jetzt KG Die Eimer können da erstmal raus Die komme ich hier mit rein Ich würde Darko eigentlich noch ein riesen Pilzding da hinbauen Na ja Rüstungstechnisch ist noch alles heile Ein was kann man noch machen Ne das machen wir dann nach der Pause Gut dann mache ich jetzt ein kurzes Bäuschen Bin gleich wieder da Und dann Hoffe ich schon mal Dass wir die Autos entpacken können Brauche ich rein Und dann Also Ich werde das Das ist ja jetzt Ja Untertitelung. BR 2018